Ich bin Riff, ich benutze keine Pronomen und ich arbeite also als Bildungsreferentin. Genau, und da bin ich vor allem im Bereich Antisemitismuskritik und Rassismuskritik tätig, aber auch im Gender und wir machen viel zu Klimagerechtigkeit. Und genau, es geht im Endeffekt darum, Workshops zu machen oder Vorträge und so weiter zu den Themen. Wie ich es meiner Arbeit verwende, wäre eine lange Definition, aber eine kurze Definition und ich denke, es ist auch eine knackige, wäre, dass Antisemitismus die Diskriminierungsform ist oder die eine Diskriminierung ist, die sich gegen jüdische Menschen richtet. Ich würde es nicht als schwierig bezeichnen, aber ich würde es als mit mehr Hintergrund bezeichnen. Also ich denke, das ist bei jeder Diskriminierung so. Also sowohl auch bei Sexismus als auch bei Rassismus, dass man einen historischen Rückblick auch machen muss, um ein bisschen zu verstehen, wie es sich gewandelt hat oder was halt so wichtige Punkte sind, um auch zu verstehen teilweise, wie Geschichten halt ineinander verflochten sind. Ich finde die Unterscheidung jetzt teilweise wichtig, um zu erkennen, dass der Mechanismus Antisemitismus im Vergleich zu Rassismus nochmal so funktioniert, dass bei Rassismus Minderwertigkeit zugeschrieben wird und bei Antisemitismus auch. Aber bei Antisemitismus auch eine Übermacht jüdischen Menschen zugeschrieben wird und diese Übermacht hängt dann eben viel mit Verschwörungstheorien zusammen und hat dann halt eben so eine ganz spezifische Ausformulierung, die halt auch dazu führt, dass sobald es irgendeine Krise gibt, immer es erstmal heißt, Jüdinnen seien schuld an dieser Krise, es heißt nur Finanzkrise, Corona-Krise und so weiter. Ja. Also das ist in den Unis, in denen ich war, gibt es halt keine jüdischen Gruppen, also mittlerweile in mehreren großen Städten gibt es jetzt so ein paar jüdische Studierendenunionen und so weiter, aber in den kleinen Städten halt gar nicht eigentlich und dann fühlt man sich halt als die einzige jüdische Person an der Uni, was halt meistens nicht stimmt, aber man findet halt keine anderen und dann, weil es oft versteckt ist oder weil es oft halt eben nicht zur Sprache kommt oder kaum irgendwie Angebote gibt, auch Empowerment-Angebote oder sowas. Ich glaube, wenn man eben über so strukturellen Antisemitismus spricht, dann ist ein ganz großer Moment ist, dass halt viel über jüdische Menschen gesprochen wird und viel für jüdische Menschen gesprochen wird. Deswegen ist es besonders im universitären Feld eine ganz komische Auseinandersetzung oft mit Antisemitismus. Also ich glaube, da muss es einfach nochmal eine Änderung geben und diese Auseinandersetzung fördert halt auch, dass halt eben nicht über jüdische Menschen nachgedacht wird, wenn über Antisemitismus nachgedacht wird. Also dann heißt es halt, es ist nur so ein Weltbild oder es ist sowas und dann wird halt gar nicht auf die, also da muss man gar nicht sich mit jüdischen Menschen unterhalten und über so die Struggles, weil man hat sowieso schon alles erfahren, weil man Adorno gelesen hat. Das ist so die andere Seite so ein bisschen. Es gibt einen sehr, sehr guten Text dazu, White Jews and Intersectional Approach von David Traub, der das in der Hinsicht wirklich im Detail analysiert und zwar halt eben diese Spezifikum von Antisemitismus, wo halt jüdischen Menschen Übermacht zugeschrieben wird. Das ist auch das Wort, das Passende. Und dadurch, dass halt Weiß als mächtige Kategorie gesehen wird oder auch eine machtvolle Kategorie ist, hat er festgestellt, dass es Weißsein was mit Jüdischsein macht. Also es vermischt sich. Und das sehen wir jetzt beispielsweise, also weil diese Vermischung von eben Antisemitismus als Jüdinnen mit Übermacht und Weißsein, sehen wir in ganz vielen Diskursen zu Antisemitismus. Das ist halt eigentlich auch einer der großen Hauptprobleme, weil das ist gar nicht Thema. Also bisher in Deutschland jedenfalls habe ich das bisher kaum erlebt. Also ich glaube, wenn ich nicht selber jüdisch wäre und in jüdischen Kreisen unterwegs wäre und das ein Interessensfeld wäre von mir, wüsste ich es wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht. Aber es gibt halt so etwas, das nennt sich, also es gibt, und das kann man jetzt unterschiedlich benennen, also unterschiedliche jüdische Kulturräume, ethnisch, sprachlich und so weiter. Wie das bezeichnet wird, dass halt eine jüdische Geschichte angeschaut wird, ist oft Aschgenormativität. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil eben aschgenasische Geschichten eben diejenigen sind, die noch am meisten irgendwie gehört werden und wo die unter Jüdischsein verstanden werden, was halt zusätzlich auch ein Bild von Jüdisch und Weiß prägt. Das ist natürlich auch ein Problem, weil jüdische Menschen, die eben nicht Aschgenasi sind, halt auch Rassismuserfahrungen machen in aschgenasischen jüdischen Gemeinden beispielsweise. Und auch Aschgenasi heißt nicht gleich weiß, weil es gibt schwarze Aschgenasi, asiatische Aschgenasi. Das ist halt nicht einfach irgendwas, sondern es ist halt sehr, sehr komplex. Und das ist auch schön so. Und es wird aber gerne, man hat gerne eine Geschichte, weil es ist dann leichter zu verstehen und dann kann man auch leichter sagen, so und so funktioniert das. Und auch leichter sich von Antisemitismus und auch Rassismus absprechen. Also viele jüdische Menschen sind sowohl von Antisemitismus als auch von Rassismus betroffen und sind teilweise halt eben auch von, oder sind oftmals auch von rassistischer Migrationspolitik auch betroffen. Also ganz viele so Zuschreibungen, die diese Pluralität nicht zulassen. Und ich glaube halt auch, dass man halt ein bestimmtes Bild haben will. Also man hat irgendwie das Bild von so dem jüdischen Opfer und die sind halt so gestorbenmäßig und die gibt es gar nicht mehr. Und auch Widerstandsgeschichten beispielsweise von jüdischen Menschen in Nazideutschland oder auch in Osteuropa und so weiter oder ganz Europa eigentlich. Das ist auch etwas, was halt kaum erwähnt wird. Und die einzige Widerstandsgeschichte, die gezeigt wird, ist Sophie Scholl. Also das sind halt immer, also genau, das gibt es halt voll viele Ebenen, die halt viel mit Erasure auf Englisch, also Ausdäuschung ist ein so krasses Wort, aber halt so Wegradierung oder sowas, wo Antisemitismus eine Form annimmt von, man will sich gar nicht eigentlich mit der Realität von jüdischer Pluralität und Jüdinnen auseinandersetzen. Und gleichzeitig kann man sich aber auch nicht vorstellen, okay, jetzt gibt es halt irgendwie diese Person, die sich halt hinstellt als Expertin, also was halt weiße Deutsche neigen zu machen, dass sie denken, dass sie die absolute Expertise zu Antisemitismus haben, weil sie ein Genozid bekommen haben. Also das ist leider, das ist halt leider wirklich eine Realität. Also für eine ernsthafte Behandlung von Antisemitismus in der Universität braucht es eine Auseinandersetzung mit jüdischen Realitäten, und zwar einerseits die Anerkennung von der Pluralität von jüdischen Identitäten oder Realitäten auch und halt eine Untersuchung dessen. Und das beinhaltet sowohl aus einem geschichtlichen Rahmen, also auch darauf zu gucken, was sind bis jetzt so Geschichten, die nicht so gesehen wurden, Widerstandsgeschichten, queere Geschichten, eben Geschichten, die nicht nur aschkenasische Menschen betreffen. Und andererseits braucht es halt eben auch einen diskriminierungskritischen Blick und einen intersektionalen Blick. Und das beinhaltet eben auch Kritik an anderen Machtstrukturen wie weißer Vorherrschaft, Patriarchat, nationalstaatliche Kritik und so weiter.